Wir schreiben das Jahr 2021. Schloss Ostrau ist Drehort des Kinofilms »Alphons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt«. Das Team um Regisseur Marc Schlichter, Hauptdarsteller Louis Vorbach und Legenden wie Gojko Mietic produziert hier zwei Wochen lang einen großen Teil der neuen Geschichte um Pechvogel Alphons Zitterbacke. Gedreht wird vor dem Schlosscafé, am Teehäuschen, im Schlosspark sowie im Schlosscafé und im Gartensaal. Nach der letzten Szene sind wirklich alle verschwunden und das Schloss Ostrau ist nicht mehr so, wie es einst auf der Kinoleinwand zu sehen war. Es sei denn … »Z-Caching« wird gestartet. Die Mission »Rette mit Zitterbacke die Klassenfahrt«. »Das ist ein echter Klassiker«. »Echt neu« »Echt emotional« »Zitterbacke für dich« »Echt inspirierend« »Das ist alles wie in meinem Film« »Für echte Filmfans, Entdecker und« »Das ist ein Spaß für die ganze Familie« »Ein echtes Freizeiterlebnis« »Mit Spannung« »Spiel« »Und Spaghetti« »Nee, Macaroni« »Z-Caching« »Z-Caching« »Diese App macht Drehorte echt besonders«